Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Agricola in der Familienspiel-Edition. Das Ganze ist aus dem Lookout-Spiele-Verlag und ist ein Spiel für ein bis vier Spieler ab acht Jahren mit einer Dauer von 45 Minuten. Ja, Agricola gibt es in der normalen Version, die nicht ganz so einfach zu verstehen ist, hat eine riesige Anleitung, hat unendliche Möglichkeiten, hat verdammt viele Erweiterungen, ist ein absolut grandioses Spiel. Aber ich erkläre euch heute lieber mal, die kleine Variante, die Familienspiel-Variante, die ist nämlich auch nicht ohne, bringt den kompletten Agricola-Spaß komplett rüber, ist aber nicht ganz so kompliziert. Und wenn euch das dann gefällt, könnt ihr ja gerne zur großen Version greifen, da gibt es dann einfach noch viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Erweiterungen. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal Agricola und da zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Agricola, das Familienspiel. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden umfangreichen Inhalt. Eine Anleitung, dann gibt es hier einen Spielplan, da gibt es noch ein Ansteckteil, dass man dann hier bei zwei Spielern dieses dran steckt oder bei einem Spieler das hier dran steckt oder bei drei und vier Spielern eins von dieser Seite hier einfach mit dran steckt. Dann gibt es hier die ganzen Weide und auf der Rückseite Ackerplättchen. Dann gibt es hier den Rundenmarker, den Startspielermarker, den Battlemarker und noch solche Extramarker, wenn einer extrem viel von einer Ressource bei sich hat, dass er hier mal tauscht. Die Ressourcen sind das hier, da gibt es Lehm, da gibt es Holz, da gibt es Schilf oder Getreide. Dann hat man hier die Spielfiguren der Spieler. Hier gibt es die Tiere, da gibt es dann eben Schafe, Rinder und Schweine. Und dann gibt es hier noch die Versorgungsmarker, die Nahrung, um die Leute eben zu versorgen. Dann gibt es hier noch Anbauten, das sind Öfen, Windmühlen, sonstiges, in denen man einfacher dann an Nahrung herankommt. Und hier gibt es noch die Häuser, in der großen Variante hier die Startmarker und die kleinen hier zum Anbauen, um einfach mehr Leute auf seinem Bauernhof zu beherbergen. Ja, ihr seht schon, umfangreicher Inhalt und deswegen zeige ich euch im nächsten Video jetzt in Ruhe, wie ihr das Ganze aufbaut. Der Aufbau des Spiels funktioniert wie folgt. Ihr legt also den Spielplan in die Mitte des Tisches und steckt hier das der Spieleranzahl entsprechende Puzzleteil mit dran, also für zwei Spieler jetzt dieses hier. Die Regeln ändern sich zum Glück nicht für zwei Spielern, drei Spielern, vier Spielern oder alleine. Da bleiben die Regeln immer die gleichen, das ist ganz angenehm. Ja, dann gibt es diesen Rundenzähler, den stellt man mal hier auf die 1 drauf. Hier ist dann diese Rundenleiste, wo dann einfach ständig irgendwas Neues dazukommt. Dann losen wir aus, wer den Startspieler macht, der kriegt diesen Hahn zu sich und der bekommt zwei von diesen Nahrungsmarkern. Und die anderen Spieler bekommen jeweils drei von den Nahrungsmarkern, weil sie nicht die Startspieler sind. Die bekommen auch hier so eine Hütte. Die Hütte hat zwei Seiten, einmal gibt es eine Holzhütte und einmal gibt es dann hier schon die Lehmhütte. Und mit der Holzseite legt man die eben zu sich hin. Das ist der Anfangsraum, den man hat und der ist besetzt mit zwei Personen. Ich spiele das mal mit blau und grün und hier kriegt einfach jeder einen Raum. Jetzt sieht man schon, beide Räume sind voll. Möchte ich also noch Nachwuchs haben, muss ich auf jeden Fall vorher erstmal das Haus vergrößern. Ja, dann gibt es hier noch diese Erweiterungen, diese Anbauten. Und da gibt es welche, die haben hinten drauf, ich habe die mal umgedreht, eine 1 und es gibt welche, die haben eine Zahl drauf. Wenn sie eine Zahl drauf haben, dann gehören die mit der Vorderseite auf das entsprechende Feld drauf. Also hier ist die 10 drauf, kommt auf die 10. Hier ist die 14 drauf, kommt hier auf die 14. Hier ist die 9 drauf, kommt also hier auf die 9. Und hier haben wir die 7, das ist die Windmühle, kommt auf die 7 und die 11 kommt auf die 11. Die restlichen haben alle einen 1er drauf, die legt man einfach mal oberhalb des Spielplans hin. Die kann man sich erwerben, wenn man das möchte. So, ja. Den Rest legt man einfach außenrum um den Spielplan verteilt hin. Also hier unsere Tiere, hier die restlichen Leute. Weideplättchen kann man aufeinander stapeln. Auf der Rückseite der kleinen Weideplättchen sind die Äcker drauf. Dann gibt es hier eben die Rohstoffe, dann gibt es hier die Nahrung, die Erweiterungen für die Häuser. Und hier diese Bettelmarker, die man eben dann bekommt, wenn man seine Familie nicht ernähren könnte. Das sollte man aber tunlichst vermeiden, denn die sind Minuspunkte wert. Und dann gibt es hier diese besonderen Marker noch, da sind immer 5 oder 4 Dinge von einer Sorte drauf. Also bei Tieren sind es 4 Sachen und bei Ressourcen immer 5 Sachen, dass wenn mal einer so viele Sachen bei sich gestapelt hat, dass hier im Vorrat nichts mehr ist, kann man eben mit diesen kleinen Markern arbeiten. Ja, das ist soweit der komplette Aufbau des Spiels und ich lese euch das nächste Mal die Spielidee vor. Jeder von euch baut sich einen eigenen Bauernhof auf. Dieser besteht zu Beginn aus einem kleinen Holzhaus mit nur zwei Räumen. Darin haben eure beiden Personen Platz, der Bauer und die Bäuerin. Ihr könnt euer Bauernhaus mit weiteren Räumen ausbauen, damit eure Familie größer werden kann. Je mehr Personen auf dem Bauernhof leben, desto mehr Aktionen könnt ihr durchführen. Allerdings müssen eure Personen in der Erntezeit auch ernährt werden. Dazu müsst ihr Ackerbau und Viehzucht betreiben, um an genügend Nahrung zu gelangen. Hilfreich können Anschaffungen sein. Diese stehen allerdings nur begrenzt zur Verfügung. Nach 14 Runden gewinnt, wer seinen Bauernhof am besten ausgebaut hat und die meisten Punkte sammeln konnte. Wie läuft das Spiel grundsätzlich ab? Grundsätzlich gibt es hier verschiedene Phasen, die in jeder Runde durchlaufen werden. Am Anfang hat jeder Spieler zwei Figuren vor sich stehen. Das heißt, er kann in jeder Runde zwei Aktionen ausführen. Aktionen gibt es hier auf der linken Seite des Spielplans. Und Aktionen gibt es dann auch hier auf dieser Rundenleiste, die aber erst Runde für Runde freigeschalten und benutzt werden können. Das heißt, hier diese Sachen kann man immer benutzen. Die Sachen hier drüben erst, wenn der Rundenmarker auch mal daneben steht. Ja, grundsätzlich beginnt das Spiel immer damit, dass man eine Vorbereitungsphase macht. Das heißt, man füllt hier erstmal Sachen auf, später auch noch hier auf diesen beiden Feldern. Und das macht am besten immer ein Spieler, der hier ein bisschen die Übersicht behält. Ich hoffe, ich vergesse es jetzt nicht irgendwann mal, aber grundsätzlich fängt man einfach an, hier das draufzulegen, was hier steht. Das heißt, hier einmal ein Lehm, hier einmal ein Schilf, hier ein Holz und hier mal drei Holz. Wichtig ist, die Sachen, die nicht genommen werden, die bleiben liegen und werden in der nächsten Runde durch ein weiteres ergänzt. Das heißt, nimmt jetzt in dieser Runde keiner den Lehm, liegen nachher eben zwei Lehm da. Nimmt in der ersten Runde keiner hier die drei Holz, liegen in der nächsten Runde eben sechs Holz da. Also hier wird immer wieder draufgelegt, auch bei den Tieren. Da haben wir nämlich hier noch ein Schaf, auch hier wird es immer eins mehr. Und hier unten kommt mal ein Nahrung rein, das ist der Fischfang. Auch das legen wir mal hier hin. Wir werden jetzt als erstes mal die Aktionen durchgehen, die hier auf der linken Seite sind. Und dann schauen wir uns später noch die Sachen an, die da dazukommen und wie das Ganze eben der Reihe nach funktioniert. Zum Glück ist es sehr, sehr eingängig, aber trotzdem nicht ganz einfach. Also es ist zwar die Familienspielvariante, ist aber trotzdem noch nicht ganz so einfach wie manch anderes Spiel. Also man muss hier schon ein bisschen aufpassen. Ist taktisch, aber absolut genial und macht super Spaß. Und ihr werdet auch nach der ersten Runde dann merken, man kann sich fast nicht auf zwei Sachen konzentrieren. Also Ackerbau und mit der Viehzucht das gleichzeitig zu betreiben. Da geht fast die Zeit aus. Man muss einfach schauen, dass man eins mehr forciert wie das andere. Aber wie gesagt, das merkt ihr nach dem Spielen. Vielleicht sagt ihr taktisch ja auch, das geht beides. Ich kriege das hin und mache hier ein bisschen hier und ein bisschen da. Und das langt dann auch. Wie gesagt, taktisch viele, viele Möglichkeiten. Und wir werden der Reihe nach die jetzt einfach mal durchgehen. Es ist grundsätzlich so, dass die Spieler mit ihren zwei Figuren die Aktionen natürlich nur machen können, wenn die Felder leer sind. Das hat ein Spieler da schon genommen, ist das Feld besetzt und ich darf da nicht auch noch drauf. Das gilt für alle Felder. Also steht schon einer hier auf dem Acker, kriege ich, dann ist das Acker, kriege ich halt jetzt weg für diese Runde. Und ich muss auf die nächste Runde warten, wenn ich auch einen Acker haben möchte. Also auf jedem Feld immer nur eine Person. Wir fangen jetzt einfach mal von oben an und gehen es der Reihe nach runter. Hier drüben gibt es einfach mal Ressourcen. Ich fange mal bei dem ersten an. Wenn ich hier eine Figur drauf stelle, der Startspieler fängt ja an mit dem Hahn, dann würde ich bekommen einmal ein Schilf, ein Holz oder ein Lehm und noch einmal ein Schilf, ein Holz oder ein Lehm. Also ich darf zwei Ressourcen beliebiger Art mir hier rausnehmen und zu mir legen. Das ist natürlich eine coole Sache. Wenn ich jetzt in dem Fall sage, ich brauche Lehm, dann stelle ich mich vielleicht nicht auf den einen Lehm, wenn ich hier mit dieser Aktion mir schon zwei Lehm holen könnte. Also da sollte man natürlich taktisch auch ein bisschen mitdenken. Also hier kriegt man zwei verschiedene Ressourcen oder zwei gleiche Ressourcen, wie man möchte. Hier bekommt man eben allen Lehm, der hier drauf liegt. Hier bekommt man allen Schilf, der hier drauf liegt. Hier bekommt man alles Holz, das da drauf liegt. Und hier bekommt man alles Holz, das hier drauf liegt. Das sind diese Ressourcensachen. Für was brauche ich die Sachen? Ist ganz klar, ich brauche die zum einen hier zum Bauen von diesen Sonderanschaffungen. Da brauche ich immer Lehm. Das bringt mir dann das, dass ich meine Tiere zu Nahrung verarbeiten kann. Das ist nicht ganz unwichtig, denn diese Ernährungsphasen, die kommen am Schluss dann wirklich alle zwei Runden. Da wird es dann wirklich knackig und ich muss schauen, dass ich das an Nahrung herkriege. Am Anfang habe ich ja noch ein bisschen Zeit, bis die erste Ernährungsphase kommt. Das sind immer diese, ja mit diesen Fruchtkörben darauf. Das sind immer die Ernährungsphasen. Da habe ich am Anfang eins, zwei, drei, vier Runden Zeit, bis es eben dann losgeht und ich meine Leute zum ersten Mal ernähren muss. Ja, zum Ernähren gibt es mehrere Möglichkeiten. Da schauen wir uns mal diese Reihe hier jetzt an. Hier gibt es jetzt auch Aktionen. Die erste Aktion hier oben ist, mir eine Weide zu kaufen. Eine Weide ist eine beliebige dieser grünen Flächen. Da kann ich mir kaufen, was ich will. Ich muss es halt bezahlen können. Und Weiden kosten immer Holz. Das heißt, eine ganz kleine Weide kostet mich hier dreimal Holz. Und das mit den Tatzen da unten heißt, ich darf zwei Tiere auf dieser Weide halten. Oder das hier kostet mich fünf Holz und ich darf vier Tiere auf dieser Weide halten. Hier muss ich einfach das an Holz bezahlen können. Und dann lege ich die Weide an mein Bauernhaus dran. Ich muss alles, was ich erwerbe, irgendwo an mein Bauernhaus dranlegen und immer halt schauen, dass ich vielleicht für meine Hauserweiterung einen Platz auch frei lasse und nicht alles mit Weiden außenrum zubaue und dann keine Hauserweiterung mehr bauen kann. Denn Haus darf nur an Haus. Ansonsten darf ich das eben hinlegen, wo ich möchte. Und darauf dann eben auch mal Tiere sammeln. Das ist das erste hier. Das zweite hier ist mir einen Acker zu kaufen. Der kostet mich nichts. Ich nehme einfach das Plättchen, drehe es um und lege einen Acker zu mir hin. Der ist allerdings am Anfang noch leer. Ja, da ist nichts drauf und da muss ich dann eben in der nächsten Phase mir erstmal Weizen besorgen. Das ist diese Aktion. Mit dieser Aktion kriege ich einen von diesen Weizenbündeln und lege die mal zu mir hin. Das ist auch eine Aktion. Und da muss ich noch eine dritte Aktion machen. Ihr seht schon, Weizenanbau, also Ackerbau ist kompliziert und langwierig. Und mit der dritten Aktion darf ich hier mit dieser Aktion drei Felder, wenn ich hätte, mit Weizen befüllen. Allerdings brauche ich auch für jedes Feld einen Weizen. Und das funktioniert dann einfach so, dass ich meinen Weizen nehmen muss, den ich selber habe. Ich bekomme dann dazu aus dem Vorrat nochmal zwei Weizen extra. Und daraus mache ich einen kleinen Stapel und stelle das dann hier auf das Feld drauf. Und das wird in der Erntephase dann der Reihe nach Erntephase für Erntephase abgeholzt. Und dafür kriege ich dann eben Weizen, den ich zum Beispiel umwandeln darf in Nahrung. Und damit ich nicht eben dreimal mir hier einen Weizen teuer holen muss, kann ich eben sagen, ich baue den an, kriege zwei dazu und habe dann drei da stehen, die ich dann eben Phase für Phase bekomme. Ihr seht also, Ackerbau ist eine langwierige Sache, keine teure Sache. Die kostet keinerlei Ressourcen außer diesem Weizen. Aber es dauert einfach, bis ich das alles gesetzt habe. Hier bekomme ich entsprechend Schafe. Schafe darf ich nur nehmen, wenn ich natürlich eine Weide habe. Außer ein Schaf dürfte ich jetzt sogar nehmen, weil auch hier auf meinem Wohnhaus eine Tatze drauf ist. Bedeutet, auch im Wohnhaus darf ich ein Tier halten. Wichtig ist, auf jeder Weide darf immer nur eine Sorte Tier stehen. Also habe ich hier auf meiner großen Weide mit den vier Tieren jetzt schon angefangen, Schafe hinzustellen, muss ich auch weiterhin da Schafe draufstellen. Ich darf aber jederzeit meine Tiere umsortieren. Das kostet keine Aktion, das kann ich einfach machen und kann sagen, okay, ich tue jetzt die Schafe auf eine andere Weide und tue jetzt das kurz mal ins Haus, weil ich da nur einen habe und stelle dann da die neuen Tiere rein. Das darf ich jederzeit umsortieren, aber auf einer Weide eben nur eine Sorte Tier. Dann haben wir hier unten die Nahrung. Da kommen eben auch Runde für Runde mehr dazu. Das sind die Fische. Aber schlauer natürlich, wenn hier nur ein Marker liegt, ist es vielleicht die Aktion daneben zu nehmen, denn da kriege ich auch eine Nahrung. Und zusätzlich bekomme ich den Startspieler-Marker. Also stelle ich mich da drauf, werde ich der neue Startspieler und bekomme eine Nahrung. Startspieler zu sein ist sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn hier mal Ressourcen liegen, gerade Lehm oder so braucht man sehr oft und wenn ständig einer einem das wegschnappt, ist das sehr nervig. Da ist man dann gerne mal der Startspieler und greift als erstes zu. Ja, das sind jetzt mal die ganzen Aktionen, die man hier macht. Und jetzt gibt es eben Aktionen, die Runde für Runde dazukommen, wenn unser Rundenmarker hier entlang wandert. Und auch das schauen wir uns an. Die erste Aktion ist allerdings auch sofort verfügbar und das ist hier oben so eine Anschaffung zu machen. Anschaffungen sind einfach diese Dinge, wo ich jetzt zum Beispiel Schaf in zwei Nahrung tauschen kann. Oder ich kann ein Weizen und ein Holz in zwei Nahrung tauschen. Das Ganze kostet mich zwei Lehm. Das gleiche gibt es dann sogar nochmal in teurer. Denn der erste Spieler, der das nimmt, dem kostet halt nur zwei Lehm. Wenn ein anderer Spieler das auch noch möchte, dem kostet halt schon drei Lehm. Also hier muss man auch schauen, vielleicht frühzeitig dabei zu sein, um hier Ressourcen zu sparen. Da gibt es das Ganze auch noch in einer größeren Version. Da kriege ich dann eben auch mehr raus. Und es gibt zusätzlich noch diesen Backofen hier. Und der wandelt mir einfach ein Weizen und ein Holz in fünf Nahrung rum. Also wenn ich hier viel mit Weizen mache, sollte ich mir auch diesen Ofen bauen natürlich, um meine Leute billig ernähren zu können. Denn nur mit Weizen alleine werde ich auch nicht glücklich. Ich kann zwar den Weizen auch essen. Der ist genauso viel wert wie ein so Nahrungsteil. Aber das ist ja brutale Verschwendung. Das sollte man nicht machen. Genau, also das kann ich hier oben machen, wenn ich draufkomme. Kostet alles Lehm. Und dann geht es in Reihe um weiter. Und da kommen eben jetzt Dinge dazu. So haben wir auf der 2, 3 und 4 die Sachen, die die Familie betreffen. Gut, die 5 auch noch. Und hier unten die 12. Aber jetzt erstmal das Haus an sich. Möchte ich mein Haus um einen Raum erweitern zum Beispiel, geht das erst ab der zweiten Runde und ich muss zwei Holz und zwei Schilf bezahlen. Dann darf ich mir hier einfach ein Marker nehmen, auf die Holzseite drehen und irgendwo dranlegen. Der Raum wäre also vorbereitet für eine weitere Person. Dies aber frühestens ab der fünften Runde gibt, weil das hier hinten ist. Also hier kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Wenn ich irgendwann mal mein Haus in ein Lehmhaus umbauen möchte, das hat den Vorteil, dass jedes Plättchen eines Lehmhauses auch einen Siegpunkt wert ist. Jedes Holz ist nichts wert. Das heißt, ich kann jetzt hier ein Riesenholzhaus haben, das ist keinerlei Punkte wert. Erst wenn ich es aufs Lehm umgebaut habe, dann ist es Punkte wert. Und das kostet mich eben drei Lehm und einmal Schilf. Und dann darf ich alle Sachen, die ich bisher in Holz gebaut habe, einfach umdrehen auf die Lehmseite. Und schon ist es immer einen Punkt wert. Auch auf der Lehmseite passt ein Tier rein. Das ist also kein Problem. Und dann kann ich in Zukunft eben hier nur noch Lehmräume bauen. Die kosten mich drei Lehm, ein Schilf. Nicht mehr die Holzsachen, sondern wenn ich auf Lehm mal bin, gehen auch nur noch Lehmhäuser. Zusätzlich darf ich hier bei diesen drei Feldern auch noch mir einen Stall dazu holen. Bei dieser Version kostet mich der Stall zwei Holz. Bei dieser Version auch. Und hier beim Umwandeln, Renovieren, kriege ich einen Stall tatsächlich geschenkt. Das hier ist ein Stall. Einen Stall kann ich erstmal irgendwo hinstellen. Oder wenn ich eine Weide habe, kann ich den Stall auf die Weide stellen. Der Stall bringt mir das, dass jetzt auf diese Weide die doppelte Anzahl an Tieren drauf darf. Das heißt, wenn der Stall hier drauf ist auf der Weide, darf nicht nur mit vier Tieren hier gearbeitet werden, sondern mit acht Tieren. Also dazu ist ein Stall natürlich eine super Sache. Und ich kann diese Aktion mit diesen Häusern umbauen oder so weiter. Auch nutzen, wenn ich das gar nicht machen möchte. Also wenn ich jetzt nur in den Stall will, auch dann kann ich mich hier draufstellen und sagen, ich baue jetzt nicht hier irgendwas an, sondern ich will nur zwei Holzzahlen, um einen Stall zu haben. Auch das geht. Kann man sich also raussuchen, was man hier machen möchte. Der Strich in der Mitte heißt immer, ich darf beides machen. Also ich kann sagen, ich baue mir ein Holz, Räumchen dran und gleichzeitig hole ich mal für zwei Holz noch einen Stall. Kann ich auch beides machen. Ich muss mir da nichts raussuchen. Ich kann es mir aber raussuchen, wenn ich möchte. Ich muss nicht beides machen. Ich kann auch nur eins davon machen. Gut, dann ab der fünften Runde kriege ich eben meine Person dazu, wenn ich das möchte. Die nehme ich einfach, stelle sie erstmal hier mit dazu zu der Aktionsfigur und dann kriege ich sie zurück und stelle sie mit in mein Häuschen. Zur Erntezeit kommen wir gleich noch, wie das funktioniert. Gehen wir kurz die Reihe durch. Ab der sechsten Runde kommen die Schweine dazu. Ab der siebten Runde gibt es dann hier die Windmühle zum Beispiel zum Kaufen. Und da gibt es dann verschiedene Sachen zum Kaufen, die mir einfach am Ende des Spiels Siegpunkte bringen. Und auch zum Umwandeln von Rohstoffen in Nahrung dienen. Schauen wir uns die ersten beiden mal an. Und hier sieht man schon, also gut, eine Windmühle kostet mich drei Lehm, ein Holz. Oder hier, dieses kostet mich zwei Holz, ein Schilf. Und bringt mir während des Spiels, dass ich ein Schilf jederzeit umwandeln darf in drei Nahrung. Oder ein Weizen umwandeln darf in drei Nahrung. Also entweder brauche ich diesen Ofen oder eine Windmühle, um mit meinem Ackerbauch sinnvoll an Nahrung zu kommen. Und zusätzlich ist hier unten eben noch was drauf. Das heißt, am Schluss kriege ich für jeweils zwei Weizen, die ich noch übrig habe, einen Siegpunkt. Oder am Schluss kriege ich für jeweils zwei Holz, die ich noch übrig habe, einen Siegpunkt. Das ist natürlich ganz cool, weil Holz stapelt sich hier wirklich mit der Zeit ziemlich viel an. Und wenn man das dann erworben hat, dann kann man nicht nur jederzeit ein Holz in zwei Nahrung tauschen. Sondern man kann eben auch am Ende des Spiels nochmal Siegpunkte abgreifen. Siegpunkte sind grundsätzlich ja wichtig. Habe ich noch gar nicht gesagt, zu was es eigentlich Siegpunkte gibt. Es gibt also für jedes Plättchen mit Lehmhaus drauf einen Punkt. Also nicht für jeden Raum, sondern für jedes Plättchen mit Lehm gibt es einen Punkt. Es gibt für jede Weide, egal welche Größe, einen Punkt. Für jedes Tier, das da draufsteht, gibt es einen Punkt. Für jede Figur, die man hat, gibt es drei Punkte. Jedes Getreide, das noch angebaut ist, ist einen Punkt wert. Also wenn man hier viele Äcker hat mit viel Getreide drauf, ist das auch viel wert. Und jeder Stall ist auch nochmal einen Punkt wert. Alle anderen Ressourcen sind nichts wert. Nur wenn ich diese Anbauten hier habe, wo ich das eben umwandeln kann, immer zwei Stück in einen Siegpunkt. Nur dann sind auch die Ressourcen was wert. Ansonsten sind die alle sinnlos. Ja, gehen wir es kurz weiter durch. Hier kommen die Rinder mit dazu. Hier kann ich das kaufen, hier kann ich das kaufen, hier kann ich das kaufen. Und hier kann ich mir eine Person dazunehmen, obwohl ich kein entsprechendes Gebäude habe. Also wenn ich das hier nehme, brauche ich keinen extra Raum dafür, sondern diese Person darf ich mir einfach nehmen und zu einem mit dazu stellen. Das passiert aber kurz vor Ende. Hier gibt es nochmal eine Aktion, wo es heißt, ich darf mir einen Acker nehmen und gleichzeitig auch den Acker mit einem Weizen belegen, wenn ich den natürlich habe. Und in der 14. Runde gibt es noch dieses Gebäude. Und dann gibt es noch einmal eine Erntephase mit der Ernährung. Und dann ist das Spiel vorbei und die Punkte werden gezählt. Ja, was passiert in so einer Erntephase? Sobald also unser Rundenmarker hier von der 4 zum Beispiel auf die 5 geht, dann bleibt er kurz hier auf diesem Erntemarker stehen oder man merkt sich, dass es Erntephase ist und führt diese jetzt durch. Die Erntephase beinhaltet folgende Schritte. Als erstes kommt die Ackerphase. Das bedeutet, wenn man einen Acker hat, mit eben hier diesen Weizensachen darauf, dann ist das erste, was man macht, man darf eins abernten und zu seinen Rohstoffen legen und dann eben umwandeln. Da kommen wir gleich noch dazu, was jederzeit Aktionen sind. Das ist das, was als erstes passiert. Man kriegt ein Weizen von seinem Feld mal zu seinen Rohstoffen. Das zweite, was passiert ist, ich muss meine Leute ernähren und das kostet mich pro Person 2 Nahrung. Das heißt, ich muss es schaffen, bis zur ersten Erntephase auf jeden Fall 4 Nahrung zu bekommen, um die zu ernähren. Die Nahrung gebe ich zurück in den Vorrat und kann ich mal eine Person nicht ernähren, da muss ich betteln gehen. Und zwar muss ich dann pro fehlenden Nahrungsmarker, muss ich mir einen Bettelmarker nehmen und da ist jeder 3 Minuspunkte wert. Also das sollte man tunlich vermeiden, dass man nicht genug Nahrung hat. Und das wird vor allem hier am Ende schwierig, weil da alle zwei Runden eine Phase kommt. Bis dahin sollte man also ein funktionierendes System aufgebaut haben, entweder aus Äckern, die man dann umwandeln kann in Brot, Nahrung oder auch Tiere, die man dann eben braten kann und daraus Nahrung zu bekommen. Das sollte man auf jeden Fall immer im Auge behalten. Tja, dann, wenn diese Ernährung erledigt ist, gibt es noch die Vermehrung. Und das funktioniert folgendermaßen, immer wenn ich mindestens zwei Tiere einer Sorte besitze, egal wo die stehen, ob die jetzt einer im Haus steht, einer auf dem Acker oder alle auf der gleichen Weide, das ist jetzt egal. Immer wenn ich zwei habe mindestens, kriege ich einen Nachwuchs. Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt hier vier Schafe drauf habe, kriege ich auch nur einen Nachwuchs und nicht zwei. Also nicht immer das Vielfache von zwei gibt einen Nachwuchs, sondern einfach, wenn ich mehr habe wie zwei oder zwei und mehr habe, dann kriege ich einen Nachwuchs. Und den stelle ich dann entweder mit dazu oder ich kann ihn eben auch gleich verarbeiten. Und das Verarbeiten ist ganz wichtig, das sind nämlich diese Jederzeit Aktionen. Die kosten mich eben keinen Aktionsmarker, sondern die kann ich jederzeit ausführen während meiner Runde. Eben auch bei der Ernährung kann ich noch sagen, okay, mir fehlen jetzt noch Ernährungsmarker. Ich nutze einen Ofen hier, um einen Schaf noch in zwei Nahrungen umzuwandeln, damit es mir reicht. Das kann ich also sogar noch bei der Ernährung noch machen und schnell mir die Nahrung beschaffen. Das sind diese Jederzeit Aktionen, die einfach darin bestehen, diese ganzen Gebäude Aktionen zu nutzen, jederzeit. Oder die Tiere umzuverteilen, jederzeit. Oder auch ein Getreide gegen eine Nahrung tauschen, auch jederzeit. Das sind diese Jederzeit Aktionen. Und dann gibt es nur noch die Heimkehrphase. Und das ist einfach, wenn jeder Spieler alle seine Aktionsfiguren eingesetzt hat und Aktionen gemacht hat, dann kehren die Figuren wieder nach Hause und es geht mit dem nächsten Tag wieder los. Ja, und das Ganze spielen wir jetzt einfach mal in einer kleinen Beispielrunde. Wir spielen eine kleine Beispielrunde. Unser grüner Spieler fängt an, denn der ist ja unser Startspieler. Die Ressourcen sind gerade aufgefüllt noch und wir können sofort loslegen. Ja, jetzt überlege ich mir, was mache ich als erste Aktion. Ich würde natürlich ganz gerne so schnell wie möglich vielleicht eine dritte Person haben, um mir Aktionen zu machen. Aber auch Tiere wären recht wichtig, um mich zu ernähren. Da wäre Lehm dann nicht schlecht. Aber ich fange jetzt einfach mal an und sage, ich gehe jetzt mal hier drauf, hole mir zwei Lehm und lege das mal hier zu meinen Ressourcen. Dann ist der Spieler hier drüben gleich dran. Es geht also immer abwechselnd eine Person einsetzen und Aktionen machen. Wenn einer keine Aktionen mehr hat, macht der andere natürlich noch seine fertig, weil er noch mehr Personen hat. Jetzt ist er dran und sagt, okay, ich würde mir ganz gerne hier unten die drei Holz holen. Lege ich also eine Person drauf, nehme mir die drei Holz an mich. Dann ist sofort unser Spieler hier vorne wieder dran und überlegt, was könnte ich noch machen. Mit den zwei Lehm könnte ich mir zum Beispiel jetzt schon mal einen so einen Verarbeitungsbetrieb kaufen, um für den Notfall schon mal Tiere umzuwandeln. Ich könnte mir aber auch einen Acker schon mal holen. Ich könnte mir auch hier Schilf holen, Tiere, könnte ich mal eins holen, hier ins Haus stellen. Am Anfang, wie gesagt, gibt es noch nicht so viel zu tun. Also sage ich einmal, ich hole mir schon mal hier einen Acker. Der kostet mich nichts, drehe ich einfach eins um, lege es an mein Haus dran und bin fertig. Dann ist er hier drüben nochmal dran. Er sagt jetzt, okay, ich würde mir ganz gerne hier den Lehm noch holen, stelle mich hier hin, nehme den einen Lehm und auch ich bin jetzt fertig. Erntezeit gibt es nicht, weil wir nicht über so ein Erntesymbol drüber sind. Also wird einfach die nächste Runde gespielt. Dazu nimmt jeder Spieler seine Figuren zurück und wir beginnen wieder mit der Versorgungsphase. Also wir schieben natürlich erstmal unseren Rundenmarker weiter. Das nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Das heißt, ab jetzt kann man auch Holzteile für sein Haus bauen und wir beginnen mit der Versorgungsphase. Das heißt, wir legen wieder hier einen drauf, wir legen wieder hier einen drauf. Sollte vielleicht wirklich einen Spieler übernehmen, der dann auch sauber immer das belegt und nichts vergisst. Immer der Reihe nach am besten durchgehen, dass man da nicht zueinander kommt. Was habe ich jetzt schon gelegt, was habe ich noch nicht gelegt? Würde ich also empfehlen, immer hier oben anzufangen und dann die Reihe nach hier so durchzugehen. Später, wie gesagt, hier gibt es auch nochmal zwei Tiere, die man belegen muss. Gut, jetzt haben wir alles belegt. Unser Spieler ist immer noch der Startspieler und fängt jetzt an und sagt, okay, in der Phase möchte ich gerne hier mir diese zwei Schilf holen. Legt die zu mir hin. Dann ist er hier drüben dran, sagt, ich möchte jetzt hier unten auf diesen Hahn drauf. Warum? Ich möchte einen Nahrungsmarker haben. Dann weiß ich schon mal, ich habe vier Nahrungsmarker, um meine Personen zu ernähren. Das brauchen wir schon mal nicht darum kümmern. Die erste Versorgungsphase ist schon mal geritzt und ich kriege gleichzeitig noch den Hahn zu mir. Das heißt, ich bin ab der nächsten Runde mal der Startspieler. Dann ist er hier drüben dran, sagt, gut, ich möchte jetzt ganz gerne mir hier noch ein Weizen holen. Legt das mal zu mir hin. Und er ist dran und sagt, ich schaue mal, ich habe jetzt hier ein bisschen Lehm. Das bringt mir noch nichts. Und Holz, das bringt mir auch noch nichts. Also hole ich mir hier mit dieser allgemeinen Versorgung, ich würde ja ganz gerne mein Haus vielleicht vergrößern, hole ich mir mal hier zwei Schilf, weil ich weiß, Holz kriege ich in der nächsten Runde auf jeden Fall. Auch wenn der andere Spieler mir eins wegnimmt, ist auf jeden Fall noch ein zweites da. Und damit bin ich auch fertig. Wir rücken wieder hier eins vorwärts. Die Spieler nehmen ihre Figuren wieder zurück. Und die nächste Runde beginnt wieder mit der Versorgung. Das heißt, hier wird wieder einer drauf gestapelt. Hier wird einer drauf gestapelt. Hier kommt einer dazu. Hier kommen drei dazu. Hier kommt ein Schaf dazu. Und hier kommt eine Nahrung dazu. Wenn ich mal mehr Tiere bekomme, wie ich auf meinen Stellen unterbringen kann, dann kann ich sie entweder sofort verarbeiten zur Nahrung. Und wenn ich das auch nicht kann, dann muss ich die Tiere eben in die Freiheit entlassen und zurück in den Vorrat legen. Das heißt, man kann schon mal auch so einen Riesenstapel Tiere nehmen, auch wenn ich nicht alle unterbringe. Das geht schon. Ja, die nächste Runde wird gespielt. Diesmal ist er hier unser Startspieler, unser blauer Spieler. Und der hat jetzt gesagt, ich werde ganz gerne hier so eine Hütte bauen. Das heißt, ich brauche fünf Holz, zwei von diesem Schilf. Ich gehe also hier runter und hole mir noch diesen kompletten Packen an Holz zu mir. Dann ist unser Spieler hier drüben dran. Der sagt, ich würde jetzt ganz gerne auch ein bisschen Holz haben und hole mir die drei Holz hier. Und dann sagt er hier drüben, ich baue mir jetzt hier diese Hütte. Da brauche ich also fünfmal Holz und zweimal Schilf. Das gebe ich ab. Ich kriege eine Holzhütte und lege die bei mir dran. Jetzt bin ich schon mal vorbereitet für eine weitere Person, die ich mir hier ab der fünften Runde holen kann. Und zusätzlich möchte ich noch zwei Holz ausgeben, um mir einen Stall zu holen. Stelle kann man sich auch holen, wenn man keine Weiden hat. Erstmal stellt man die einfach irgendwo hin. Und wenn man dann eine Weide hätte, dürfte man die dann einfach damit draufstellen. Gut, dann ist er noch einmal dran mit einer Aktion. Und er würde ganz gerne sich nochmal diese zwei Lehm hier holen. Und damit ist die Runde wieder vorbei. Wir ziehen wieder eins weiter und sehen, in der nächsten Runde beginnt die Ernährung. Das heißt, der grüne Spieler muss sich jetzt langsam spurten, um seine Nahrung aufzurüsten. Er hat erst zwei, da muss er noch was tun. So, wir füllen wieder auf. Einmal Lehm, einmal Schilf, einmal Holz auf der einen Seite, dreimal Holz auf der anderen Seite, ein weiteres Schaf und eine Nahrung. Gut, auch das ist wieder erledigt. Hier kommt jetzt das Bauen von Lehmteilen dazu. Das brauchen wir momentan nicht. Und der Spieler hier drüben ist immer noch der Startspieler und fängt wieder an. Person kann sich jetzt noch keine holen. Das gibt es jetzt ab der nächsten Runde. Versorgt ist alles. Und er sagt jetzt einfach, na gut, dann hole ich mir vielleicht mal demnächst irgendwie so einen Acker, um was zu bauen. Oder ich hole mal eine Weide und hole mal ein paar Tiere. Das würde mich drei kosten, das würde mich fünf kosten. Ich könnte also sagen, ich gehe hier runter, hole mir die drei, lege die zu mir hin. Unser grüner Spieler ist dran. Der sagt natürlich, jetzt brauche ich erstmal Nahrung. Und gehe hier auf dieses Feld, hole mir ein bisschen mehr Nahrung, weil die hält sich ja auch über die Jahre. Dann bin ich schon mal ein bisschen besser gerüstet. Dann ist er wieder dran und sagt, gut, jetzt habe ich das entsprechende. Ich gehe jetzt hier auf die Weide und hole mir mal diese Fünferweide und lege die hier bei mir an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, wird gezahlt. Und er ist dran und sagt, okay, Weide kann ich jetzt nicht bauen. Dann hole ich mir jetzt einfach mal schon mal so ein Versorgungsteil. Und zwar hole ich mir das hier für drei. Muss man mal schauen, was das billigere momentan noch ist. Das für drei ist noch das billigere. Das heißt, ich hole mir hier eins von diesen Teilen, lege das hier dran. Kostet mich drei Lehm. Und damit kann ich eben einen Weizen und ein Holz umwandeln in Nahrung. Damit bin ich schon mal gut gerüstet. Jetzt braucht ihr nur noch ein paar befüllte Äcker. Ja, auch das ist fertig. Und jetzt ist diese Runde vorbei. Wir nehmen unsere Figuren wieder zurück. Und wir kommen zur ersten Erntephase. Ich schiebe mal hier auf die fünf rüber. Und jetzt wird diese Erntephase gespielt. Äcker haben wir nichts zum Getreide abernten. Da ist noch nichts drauf. Die Leute müssen ernährt werden. Zwei Leute kosten mich also vier Nahrung auf dieser Seite und vier Nahrung auf dieser Seite. Ernährung hat funktioniert. Braucht keine Bettelmarker nehmen. Und dann vermehren sich die Tiere. Ich habe keine Tiere. Also wird sofort die fünfte Runde gespielt. Die fünfte Runde beginnen wir natürlich wieder mit der Versorgung. Wir stellen hier ein Lehm drauf. Hier das Schilf drauf. Hier ein Holz. Hier drei Holz. Dann wieder ein Schaf und auch ein Lebensmittelmarker kommt hier unten wieder drauf in Form eines Fisches. Ja. Unser Spieler ist immer noch der Startspieler. Er fängt an und sagt, okay, ich möchte jetzt hier als erstes mal eine zweite Person haben. Die stellt man erstmal noch dazu auf dieses Feld drauf. Das geht ja jetzt, weil wir auf dem fünften sind. Das heißt, ab der nächsten Runde werde ich eine Aktion mehr haben wie der grüne Spieler. Der grüne Spieler sagt, na gut, ich baue jetzt mal hier meinen ersten Acker an. Ich setze das hier drauf. Ich nehme mein Weizen, das ich haben muss. Ich nehme mir zwei aus dem Vorrat dazu. Ich stelle das Ganze hier auf diesen Acker drauf. Dann ist er wieder dran und sagt, gut, ich möchte jetzt mal ein paar Tiere haben. Ich schnappe mir hier diese ganzen Schafe, stelle die mal hier hin. Jetzt sind das fünf Schafe. Auf dem Acker dürfen aber nur vier sein. Jetzt kann ich entweder das eine Schaf nehmen und ins Haus stellen, denn auch das ist ja erlaubt. Ein Tier darf ins Haus. Oder ich stelle einfach den Stall mit dazu und dann darf ich hier sogar acht Tiere halten. Also darf es mit hier drauf und muss nicht bei mir in der Bude leben. Dann ist unser grüner Spieler noch einmal dran und überlegt sich jetzt, was mache ich denn, was mache ich denn? Ich hole mir die beiden Lehm hier, weil ich möchte jetzt dann demnächst mal mein Haus umwandeln. So, und bin auch fertig. Dann nehmen die Spieler wieder ihre Figuren zurück. Der Blaue hat jetzt eben eine Figur mehr. Wir schieben den Rundenmarker eins weiter und machen wir die Versorgungsphase. Einmal Lehm, einmal Schilf, ein Holz dazu, drei Holz dazu, wieder ein Schaf wird gesetzt. Und ein Nahrungsmarker. Und nachdem wir jetzt rundenmäßig schon hier auf der sechs sind, hier sieht man auch oben drüber, sechste Runde, kommt jetzt auch mal das erste Schwein hier rein. So, der Startspieler ist immer noch er hier drüben, hat sie noch nicht geändert. Er überlegt sich jetzt, was zu tun. Er hat wenig Rohstoffe, sagt, ich hole jetzt erstmal ein Packen Holz hier unten. Das ist immer gut. Legt das mal zu mir hin. Unser Spieler hier drüben ist dran und sagt, gut, ich hätte jetzt ganz gerne eigentlich mal eine kleine Weide hier. Die kostet mich drei, muss ich mich hier draufstellen. Also drei Holz für eine kleine Weide. Dann ist er hier drüben dran. Sagt, okay, ich hole mir als nächstes mal diesen Haufen Schilf. Das sind vier Stück, das ist ja ordentlich, damit kann ich wieder arbeiten. Er ist dran, sagt, ja, ich hole mir dafür jetzt mal das eine Schwein. Ich stelle das mal hier rein und bin fertig. Und unser Spieler hier drüben hat aber noch eine Aktion mehr, weil er jetzt eine Person ja mehr hat. Und er sieht jetzt schon wieder die nächste Erntephase auf sich zukommen und hat noch nichts an Nahrung. Und überlegt sich natürlich, wie komme ich da am besten ran. Naja, ich könnte, wie gesagt, ja Tiere dann eintauschen. Da bräuchte ich halt mal so einen Ofen und vielleicht hole ich mir einfach mal so einen Ofen für zwei Lehm. Das heißt, ich stelle meinen mal hier drauf, hole mir ein Lehm. Das ist das gleiche wie hier, aber hier kriege ich eben noch einen Teil mehr und hole mir gerne noch einen zweiten Lehm. So, wieder erledigt. Runden Marker 1 weiter. Jetzt sind wir schon vor der nächsten Ernährungsphase. Die machen wir noch schnell durch und dann haben wir es auch. Wir nehmen unsere Personen zurück. Jeder Spieler weiß, jetzt ist dann bald Ernährung angesagt. Er weiß allerdings, ich kann hier eins umwandeln. Mit Holz in 5. Also das heißt, ich habe kein Problem. Ich brauche nur noch ein Holz, ansonsten habe ich ein Problem. Ja, wir füllen wieder auf. Einmal Lehm, einmal Schilf, einmal Holz auf dieser Seite, dreimal Holz auf dieser Seite, einmal Schaf, einmal Schwein und einmal Nahrung. Gut. Er fängt wieder an, sagt, okay, jetzt hole ich mir doch mal einen von diesen Verarbeitungsbetrieben. Es gibt den billigen hier für zwei Lehm. Der macht mir ein Schaf in zwei Nahrung, ein Schwein in zwei Nahrung, ein Rind in drei Nahrung. Das gleiche wäre hier nochmal. Oder eben hier wäre es dann ein bisschen mehr. Da ist das Schaf zwei Nahrung, das Schwein drei Nahrung und das Rind vier Nahrung wert. Aber ich will das hier nicht alles zerhäckseln, also nehme ich doch lieber mal hier so ein kleines für zwei Lehm. Zahl die zwei Lehm, stelle mich auf die entsprechende Aktion drauf, baue das hier bei mir an und habe das erledigt. Dann ist er dran. Er hat gesagt, er möchte mal sein Haus umwandeln. Das macht er jetzt auch. Er sagt, ich mache eine Renovierung, stelle mich hier drauf, zahle drei Lehm und einmal Schilf. Jetzt darf ich mein Haus umwandeln in ein schönes Lehmhaus, das dann auch einen Siegpunkt am Ende wert ist. Stelle mich wieder hier drauf und bekomme kostenlos einen Stall geschenkt. Den stelle ich auch gleich noch hier mit auf meinen Acker drauf. Dann ist er hier drüben wieder dran und er sagt jetzt, okay, brauche jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Nahrung. Ich könnte natürlich jetzt zwei Tiere dann dafür häckseln, aber ich hole mir jetzt einfach noch ein bisschen Nahrung von hier unten. Dann brauche ich nicht so viele Tiere hier platt machen. Ich hole mir also das hier. Dann ist er dran und sagt, ich brauche auch theoretisch Nahrung, aber ich kriege es ja wie gesagt und brauche eigentlich nur Holz. Das heißt, ich stelle mich hier hin und hole mir wenigstens noch das Holz. Und dann ist er nochmal dran, weil er ein Meer hat und sagt, gut, die Ernährung ist ja fast gesichert. Dann hole ich mir jetzt einfach noch eine weitere Weide vielleicht. Oder ich wandle auch mal mein Haus um. Das geht noch nicht. Ich brauche Lehm dazu. Und in der nächsten Runde könnte ich das machen. Das heißt, ich hole mir die beiden Lehm. Dann kann ich auch mal mein Haus umwandeln und bin fertig. Wir ziehen wieder hinüber, also wir nehmen unsere Figuren wieder zurück, ziehen rüber über die nächste Erntephase und die machen wir jetzt noch schnell und dann ist fertig. Wir müssen also als erstes jetzt den Ackerbau machen. Das kann er machen, er kann das jetzt hier weghäckseln und darf mit seiner jederzeit Aktion jetzt sagen, ich tausche einmal diesen Weizen und ein Holzbacke Brot und kriege dafür fünf von diesen Nahrungsmarkern. Das ist natürlich cool, also alles okay. Und er hier drüben sagt auch, ich mache mir eine Aktion. Ich tue ein Schaf jetzt hier opfern und werde daraus mir zwei Nahrung machen. So, dann habe ich auch kein Problem mehr. Jetzt kommt diese Ernährungsphase oder ich habe noch ein Problem, ich muss noch ein Schaf opfern, weil ich habe jetzt eine Person mehr. Also noch ein Schaf weg und zwei genommen. Wie gesagt, das kann ich jederzeit machen. Jetzt zahlt er seine vier für seine zwei Personen. Er zahlt die sechs für die drei Personen. Also Ernährung hat auch funktioniert. Wir müssen keine Battlemarker nehmen. Dann kommt als nächstes diese Vermehrungsphase. Er hat nur ein Schwein, da vermehrt sich nichts. Er hat mehr wie zwei Schafe, das heißt, er hat ein Schaf dazu. Und dann würde die nächste Runde gespielt werden, wieder aufgefüllt. Als nächstes kämen auch die Rinder mit ins Spiel und so weiter und so fort. Ihr seht schon, das ist ein sehr, sehr cooles, taktisches Spiel. Man hat einige Möglichkeiten zu handeln, sich zu spezialisieren, etwas zu tun, um Punkte zu machen. Wenn dann mal der Rundenmarker hier auf dem letzten Feld angekommen ist, da kommt noch eine Erntephase, wo man nochmal zahlen muss. Und dann werden in Punkte gezählt. Und wie ich schon gesagt habe, jede Person sind drei Punkte wert. Jedes Plättchen, das ich ausliegen habe, ist einem Punkt wert. Also nicht die Größe des Plättchens ist wichtig, sondern einfach die Anzahl der Plättchen. Das wäre jetzt hier ein Acker, eine Anschaffung und noch hier so eine Weide. Eins, zwei, drei Punkte. Und auch das Haus wäre noch eins wert. Das wären vier Punkte. Dann ist hier jedes Weizenteil auf dem Acker noch einen Punkt wert. Jedes Tier ist einen Punkt wert. Jeder Stall ist einen Punkt wert. Und die Ressourcen, die eben außen noch so rumliegen, die sind nichts wert. Also hier muss man einfach schauen, dass man eben viele Tiere oder viele Äcker anbaut oder viele Gebäude, viele Weiden hat. Da hat man viele, viele Möglichkeiten, das Ganze taktisch anzugehen. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Macht wirklich viel Spaß. Ist nicht ganz so komplex wie die große Variante, aber ist schon mal ähnlich wie die große Variante. Also wenn man das hier mal verinnerlicht hat, dann kann man sich auch an die große Variante mit den vielen Erweiterungen ranwagen. Da gibt es unendliche Möglichkeiten, das Ganze zu spielen. Da gibt es wirklich viele, viele Erweiterungen und Sachen. Das ist ein ganz großartiges Spiel in der Familienvariante. Ein bisschen einfacher, aber nichtdestotrotz immer noch ein geniales Spiel. Macht wirklich riesig Spaß. Wer diese Art Spiele mag, der liegt hier sicherlich komplett richtig. Das war sie, meine Spielevorstellung von Agricola in der Familienspiel-Edition. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael. Euer Michael. Eurobson. Eurobson. Gianluar. Joerich. Hösser. Hur. 對. Ich bin Frontiert.